Aber was genau für... Oh, was? Was ist denn jetzt los? Hat Team Star ihr eigenes Auto? Das sieht ja echt schon ziemlich cool aus, muss ich schon sagen. Aber wer ist diese Person? Katztastisch, begrüß ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Hier auf Katze. Mensch Pamemo, komm beeil dich, schnell hinterher mein Freund. Ja, mein Pamemo muss noch seine tausend Schritte machen, sonst kommt es nicht zu einer Entwicklung. Ist das nicht schön? Wow, es wird langsam dunkel und ich laufe hier durch die wunderschöne Welt. Alles ist saftig grün und da ist ein Kranowicz. Hey, mein Freund. Umzingelt von kleinen, süßen Micros. Aber ich werde dich jetzt fangen, mein Freund. Wow, Kranowicz. Hey, hey, hey. Zum Glück hast du eine Elektroschwäche. So, los geht's Pamemo. Das sollte schnell funktionieren, dass wir dieses Pokémon anschließend fangen können. Ja, Überheblichkeit. Zieht ja so gut wie gar nichts ab. Umso besser für uns. Zeit für eine Superwahl. Let's go! Und, und, Daumen sind gedrückt. Kada-Bum-Bam. Kranowicz wurde gefangen. Tja, so schnell kann es gehen. Kaum beginnt das Video, fangen wir auch schon ein neues Pokémon. Eine Katze versucht Kehrtwände zu erlernen. Ein Käferangriff. Der aber relativ stark ist. Ich glaube 80, oder? Ne, 70 von der Stärke. Ähm, ich nehme mal Ruckzuck-Hieb raus, auch wenn das eine Prioritäten-Attacke ist, die im Zweifelsfall gar nicht so schlecht ist. Aber gut. Kranowicz, seine hohe Intelligenz ist angeblich darauf zurückzuführen, dass es über ein größeres Gehirn verfügt als andere Vogel-Pokémon. Interessant. Dieses Pokémon widme ich Fabio. Lieber Fabio, willkommen in unserem Pokémon-Team. Du bist Kranowicz. Okay, oh! Plötzlich ist es hell geworden. Okay, so schnell vergeht auch schon mal die Nacht. Was ist da? Das war nur ein Micro. Okay, los geht's, Pamemo. Wir spazieren weiter. Auf dem Weg zu unserem Ziel, das wir angepeilt haben. Nämlich das erste Versteck von Team Star. Oh, da unten. Da leuchtet auch noch etwas. Aber da müsste ich da runterspringen. Ah, ich komme aber schnell wieder rauf. Okay, machen wir. Zurück in Bolardin. Allerdings hier am Rande der Stadt. TM Schleuder. Ich wollte mir unbedingt dieses berühmte Werk ansehen. Verstehen tue ich es zwar nicht, aber ich mag es trotzdem. Ja, das ist doch eine schöne Blume. Okay, dann würde ich sagen, let's go einmal drumherum. Ich weiß, ich weiß, ich könnte auf Choraidon reiten. Dann wäre ich schneller. Aber, ja, wie am Anfang der Folge schon gesagt, unser Pamemo muss mit uns spazieren gehen. So, let's go. Du kamst ja gerade wieder zurück in deinen Pokéball, weil ich zu schnell gelaufen bin. Und guck mal, hier gibt es ein paar Pokémon. Für dich, nur für dich. Das ist doch etwas für Pamemo, um zu lernen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Das sind zwar nicht viele, aber hey, immerhin. Jedes bisschen zählt. Zumal wir auch dadurch nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Items bekommen. Hey, wie süß. Wie heißt du? Sweeps. Das sind die zwei Mäuse, die ich in der letzten Folge erst auf der Karte gesehen habe. Armstoß. Oh, ihr seid von Typ normal, oder? Weil Armstoß anscheinend sehr effektiv ist. Okay, Benedikt, nach dem dritten Mal. Das reicht, das reicht, das reicht. Nein, 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 nein. Nein. Sweeps besiegt. Meine lieben Sweeps, es tut mir leid. Ich werde euch früher oder später bestimmt noch fangen. Schade. Das wäre doch interessant. Sollte ich das Pokémon mit ins Team aufnehmen oder nicht? Hat das eine Entwicklung? Bestimmt nicht. Das ist so ähnlich wie Koalilu. Das ist so, ja, Normal-Pokémon, die einfach keine Entwicklung haben. Wie Kangama. Kangama hat zumindest mal seine Super-Evolution bekommen. Seine, ja, Mega- Nicht-Entwicklung, wie sagt man nochmal? Sagen wir Mega-Entwicklung, Punkt. Oder heißt das sogar so. Ist ja auch egal. Und hier bekomme ich einen Beleber. Ui, was ist das denn? Das sind Zelte. Oh, das ist das Versteck, oder? Ring, ring. Ja, hallo? Cassiopeia hier. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Team Star. Interpretiere ich das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Na ja, ich habe ja keine andere Wahl, oder? Tja, danke. Jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht da ab? Hä? Wer ist das? Wo, wer bist du denn? Ich wüsste auch gerne, was Sache ist. Wie? Wer ist da? Hallo. Yeah. Leval ist mein Name. Ach ja? Und wie lange belauschst du uns schon? Jetzt chill mal. Sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin ein Kumpel von Thomas. Ist doch so, oder? Ähm, gar nicht wahr. Ich kenne dich ja gar nicht. Wer bist du denn überhaupt? Ah, hey. Schüchtern wie eh und je. Was? Ha, 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 ha. Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen wollen. Das ist kein Spiel, klar? Das habe ich schon gecheckt. Ist mir nur recht. Mit denen habe ich eh noch eine Rechnung offen. Und ich will ja nicht angeben. Aber ich mache keine halben Sachen. Auf mich ist ein Verlass. Ah. In der Not kann man nicht wählerisch sein. Also gut. Du bist auch mit dabei. Dann wäre das ja gebongt. Dein Name war Cassiopeia, richtig? Wer bist du eigentlich? Lass es mich so ausdrücken. Ich bin jemand, der mal etwas mit Team Star zu tun hatte. Versteh schon. Dann will ich dir nicht weiter auf die Bälle rücken. Gut. Dann würde ich jetzt nämlich gern mal zum eigentlichen Thema kommen. Operation Stardust. Was genau sollen wir tun? Einfach ausgedrückt. Ihr sollt in die Verstecke von Team Star eindringen. Dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Banden und stoßt sie vom Thron. Vom Thron? Ach so. Sie sollen von ihren Bossen zurücktreten, meinst du? Ganz genau. Team Star besteht aus fünf Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr solltet gleich hier in der Nähe ein Tor zu einem ihrer Verstecke sehen können. Ach ja. Wo genau? Da drüben. Ach ja, da drüben. Ja, jetzt sehe ich auch. Dahinter befindet sich eines ihrer Verstecke. Und dort drin müsst ihr den Boss einer Bande finden. Wenn du das sagst. Team Star folgt einem Kodex. Ein Boss muss sich auf jeden einlassen, der Streit mit ihm sucht. Und wer diese Auseinandersetzung verliert, gilt nicht mehr als Boss. Vorhin habe ich bereits Herausforderungen an alle Verstecke geschickt. Und zwar in deinem Namen, Thomas. Was? Ein paar ordentlichen Kämpfen mit Team Star steht damit nichts mehr im Weg. Wenn ein Boss besiegter wird, muss er also zurücktreten. Ohne Boss ist eine Bande führungslos. Irgendwann wird sie sich unweigerlich von selbst auflösen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Verstecke sind sehr groß und wimmeln nur so von Pokémon, die Eindringlinge aufhalten sollen. Ein gewöhnlicher Trainer würde es wahrscheinlich nicht mal in die Nähe des Bosses schaffen. Und genau deshalb war es mir so wichtig, dass du dich der Sache anschließt, Thomas. Besiege die Pokémon im Inneren des Verstecks und locke damit den Boss hervor. Okay, verstanden. Aber eins nach dem anderen. Kümmere dich zuerst um die Wache am Tor. Was ist deine Rolle dabei? Wie eben schon gesagt, ich hatte mal etwas mit Team Star zu tun. Deshalb kann ich nur aus dem Verborgenen handeln und euch aus der Ferne unterstützen. Geht klar, verstanden. Was gibt es für mich zu tun? Sorry, aber es ist noch zu früh, um dir ganz zu vertrauen. Fürs Erste kannst du Thomas helfen, indem du ein wachsames Auge auf das Versteck hast. Du bist wohl von der vorsichtigen Sorte. Das respektiere ich total, yo. Ich melde mich wieder, wenn der Plan seinen Lauf nimmt. Viel Erfolg! Ha, dann hau mal rein, Thomas. Ähm, Signor Dire, kennen wir uns nicht? Na hoppala. Was meine wahre Identität angeht, möchte ich um Stilschweigen bitten. Vor dir steht gerade Leval. Bitte sprich mit mir wie mit einem anderen Mitschülern. Na ja, okay. Im Laufe des Abenteuers werden wir bestimmt noch erfahren, wer das genau sein soll. Dann schaue ich mal kurz in meine Liste und packe natürlich meinen Enton nach vorne. Und dann kann es auch schon mit dem ersten Kampf hier losgehen. Hey, was hast du denn hier zu suchen? Das ist ein Versteck von Team Star. Könntest du bitte wieder abzischen? Sonst muss ich dich davonjagen. Aus reinem Selbstschutz. Haha. Nein, nein, nein. Ich kehre nicht um. Niemals. Ganz wie du willst. Dann werde ich eben meine Selbstverteidigungskünste an dir trainieren. Okay. Zeit für einen Kampf. Team Star. Ich bin auf jeden Fall bereit. Los geht's, mein geliebtes Pokémon. Hunduster. Hunduster? Ich bin darauf vorbereitet. Los geht's, Enton. Enton, mach dich gleich bereit für eine Aquawelle. Der ist auf Level 25? Das bedeutet doch dann bestimmt, dass alle auf Level 25 sind, oder? In dem Versteck. Und der Boss wahrscheinlich auf Level 30 oder so? Oh, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Macht das Sinn, in dieses Versteck reinzugehen, oder ist es zu schwer? Ich habe keinen Plastisch... What? Ein Feuer-Pokémon besiegt mein Enton? Ich glaube es nicht. Okay, Kira, du musst jetzt unbedingt rein. Du musst uns unterstützen. So, Kira ist am Start. Und dann kannst du auch schon losgehen mit einer Knuddler-Attacke. Und Hunduster ist verwirrt und greift es sich selbst an. Ja, perfekt. Das heißt, ich komme hier mit Kira unbeschadet aus dem Kampf heraus. Na, immerhin. Und damit wurde dieses Pokémon besiegt. Oh nein, das gibt es ja nicht. Mein Hunduster. Wie konnte das nur passieren? Mensch. Da war meine Selbstverteidigung wohl nicht gut genug. Toll. Echt mal. Wow, du bist irre stark. Moment. Bist du etwa der Junge, der Team Star den Kampf angesagt hat? Naja. Ähm. Thomas, wie er leibt und lebt. Oh, okay. Cool, cool. Danke für die Info. Das ist extrem schlecht. Ich sollte dann mal schleunigst zurück zu den anderen gehen. Hasta la vista. Tschüss. Ja, ja, ja. Hey, Thomas. Ach, du schon wieder. Ich habe gerade auf Cassi Payas Pitechin. Das versteckte Feuermitglieder geuntersuchte. Wo ich schon hier bin, wollte ich dir meine Hilfe anbieten. Aber die scheinst du nicht zu brauchen. PAN! PAN! Ha? Oh, es regnet es auch noch. Hey, Megaman! PAN! PAN! Knallos? Bist du das? PAN! Tatsächlich, aber was machst du hier? Hä? Kennst du es? Ist es vielleicht ein Pokémon? Dieses Knabon hört auf den Namen Knallos. PAN! Es ist eines der Pokémon, um die wir uns auf dem Gelände der Akademie kümmern. PAN! PAN! Hey, Knallolose! Weck ist es. Gibt es womöglich eine Verbindung zwischen ihm und den Team Stars Feuermitgliedern? Ich sollte mir besser folgen. Gib bitte vor und begib dich in das Verstecke, Dormas. Ja, okay, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Weil die schon sehr stark sind. Oh, mein Telefon klingelt. Äh, ja, hallo? Du bist also mit dem Rüpel fertig geworden. Gut gemacht. Ja, dankeschön. Dort drinnen hält sich die Shedier-Bande auf, die aus Team Stars Feuermitgliedern besteht. Ihr Boss, Irsa, ist das Ass im Ärmel von Team Star. Sie kümmert sich um alles und löst absolut jedes Problem. Wenn nötig, mit Gewalt. Okay, alles klar. Ich weiß ja nicht so recht. Eigentlich bin ich nicht stark genug. Aber andererseits ist das kleine, süße Knallos einfach da reingelaufen. Knarbon. Dieses... Also eigentlich sollte ich es vielleicht doch retten kommen. Okay. Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon in deinem Team herausfordern? What? Ich darf nur drei mitnehmen? Okay, dann nehme ich Anton. Oh, ich weiß gar nicht, welche ich mitnehmen soll. Oh, ich bin so hin und her gerissen. Ich habe eigentlich kein gutes Team für so eine Aktion. Anton auf jeden Fall. Oder? Aber es hält nicht so viel aus. Erstmal heilen. Dann, was ich mir noch gut vorstellen kann, ist Alexander, unser Steinchen. Und dann ist noch die Frage. Nehme ich Kira mit? Oder lieber... Ähm, Benedikt. Oh, weiß ich nicht. Pamemo oder Hefel? Oh. Pamemo ist ja schon stark, aber Pamemo hält nicht so viel aus. Vielleicht sollte ich doch mit den ersten drei gehen. Nibor, Kira und Alexander, oder? Was meint ihr? Oh, keine einfache Entscheidung. Ich probiere es jetzt. Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon herausfordern? Yes! Let's go! I'm ready to rumble! Hier sind wir drin. Oh, da ist Anton. Sei erwachsam, Thomas. Team Star hat eine Vorliebe für eine besondere Art von Kämpfen. Sie nennen diese Kämpfe Star-Rage. Hierbei musst du mit der R-Taste mehrere Pokémon auf einmal zum Kämpfen losschicken. Wenn deine Pokémon schlappe machen, komm einfach zu mir. Ich mach sie für dich wieder fit. Die Rüppel heilen ihre Pokémon anscheinend auch an irgendwelchen Automaten. Bleibe auf der Hut. Okay. Oh, da klingelt's. Ah ne, die Ansage. Aufgepasst, Leute! Wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos überschätzt. Ja, wahrscheinlich schon. Zeigen wir ihm, warum man sich besser nicht mit Team Star anlegt. Herr gehört Eindringling. Wenn es dir gelingt, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, gibt sich unser Boss vielleicht die Ehre und zeigt sich. Okay, 10 Minuten habe ich Zeit. Für 30 Gegner. Star Rush. Bei einem Star Rush musst du durch Drücken der R-Taste Pokémon losschicken und innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Pokémon von Team Star besiegen. Hierbei kannst du drei Pokémon zugleich losschicken. Du erleidest eine Niederlage, wenn alle deine Pokémon besiegt wurden oder das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn dein Pokémon kampfunfähig geworden ist, kannst du da seine KP an Automaten wieder auffüllen. Wenn du aufgeben möchtest, drücke den Y-Knopf. Okay, genau. Besiege 30 Pokémon der Rüpel von Team Star. 3, 2, 1 und let's go. Das sind also diese offenen Kämpfe. Ich kann also mein Pokémon losschicken. Dadurch, dass ich einen Typenvorteil habe mit Alexander und mit Anton, also mit unseren kleinen Super Mario-Pilz, sollte ich theoretisch die Kämpfe gut meistern können. Gut, Hefil ist natürlich ein bisschen schwierig, aber hier die Kurkel, da ist Alexander auch gut dabei, denke ich. Schaut mal, oben. Wir haben schon 7 besiegt. 8, gleich sind es 9. Wir haben noch nicht mal eine Minute gebraucht. Aber klar, das hängt immer davon ab, welche Pokémon man dabei hat. Wenn man jetzt einen Typenvorteil hat und Feuer-Pokémon haben, eine Boden- und eine Wasserschwäche, hey, dann geht das ja relativ schnell, denke ich. Aber ihr seht selbst auf der linken Seite, mein Pokémon Hefil hat leider schon sehr viel Schaden genommen. Ich muss also demnächst mal zu Professor Laven, Senior Laven, falls er das ist, zumindest zu diesem Lewan und meinen Pokémon heilen. So, Kira, komm. Gib nochmal alles. Genauso wie alle drei reingeschickt. Okay, 16 von 30 und ich habe mich mal eineinhalb Minuten gebraucht. Ich gehe mal kurz zum Professor. Vielleicht gibt es hier noch Automaten, aber ja, ich habe so viel Zeit. Da ist das auf jeden Fall drin. Hallo, mein Lieber. Hey, Thomas, soll ich deine Pokémon-Defite machen? Ja, unbedingt. So, jetzt sind sie wieder quietschfidele. Also zurück an die Arbeit. Die Mission verlangt einen vollen Einsatz. Ja, 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 ich bin schon unterwegs. So, mein Super-Mario-Pilz wird jetzt gleich Super-Mario-Kräfte einsetzen. So, wollen wir doch mal sehen, wo sind meine nächsten Gegner? Hier sind noch ein paar Heinis, die rumlaufen. Oh, Leufeo. Los geht's, Alexander. Zeig, was du drauf hast. Steinkante. Nein, das kann es noch nicht. Lehmschelle. Katapult. Solche Attacken sind es hier. Boah, wir haben schon 20. Zehn fehlen noch. Neun fehlen noch. Gleich sind es nur noch acht. Und da oben ist ein Automat. Cool. Den können wir gleich nutzen. Je nachdem, wie gut Kira hier kämpfen wird. Boah, dieses Fugano wollte mich angreifen. So, jetzt komm, komm. Volle Kraft voraus. Oh, Kira. Kira ist platt. Wir müssen Kira heilen. Vielleicht geht das gleich am Automaten. Wir schauen gleich mal nach. 25. Fünf fehlen noch. Wir haben super viel Zeit. Du und dein Team habt euch am Automaten von Team Star ausgeruht. Mh, lecker schmecker. Limonade. So, die drei noch. Komm, die drei schnappen wir uns. Und dann fehlen nur noch zwei. Los geht's, Alexander. Zeig, was du drauf hast. Enton, komm mit. Mit dir gehe ich gleich mal zu den nächsten Gegnern. Hier noch ein paar Hundus da. Drei brauchen wir noch. Zwei brauchen wir noch. Und wir haben es gleich geschafft. 29 und 30. Wuhu. Sind wir gut. Perfekt. So kann das von mir aus immer laufen. Unser Schutzwall ist durchbrochen. Jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Jetzt bin ich mal gespannt, wer der Boss sein wird. Achtung. Wow. Wow, die hat ein Auto. Boah. Was für eine Karre. Mit der Flagge von Team Shedir. Der Shedir-Bande. Oh, die ist aber hübsch. Irsa, Boss von Team Stars Feuermitgliedern. Wir haben also die Ehre. Du bist also diese Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind. Aber ganz ehrlich. Es interessiert mich auch einen Dreck. Du willst einen Kampf? Also kriegst du einen Kampf. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dir werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen. Oh, oh. Die meint es ernst. Ich bin Irsa von Team Star. Und das ist mein Kurtl. Okay. Du bist dran, Anton. 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 Ich werde dein Feuer ausstampfen. Ja, ja. Werden wir doch mal sehen. Kurtlau. Oh, Sonnenlicht. Verstärkt Feuerattacken. Level 27. Und sie hat zwei Pokémon. Ich brauche die Terra-Kristallisierung mit meinem Shiny Anton. So, Anton. Du kriegst jetzt die ultimative Kraft, damit deine Aquaknarre, äh, ich meine Aquavelle, noch viel, viel stärker wird. So, mit deinem schönen Springbrunnen auf dem Kopf. Aquavelle. Und wie viel zieht das ab? Ich bin gespannt. Kapu. Zu wenig. Obwohl ich Terra kristallisiert bin. Der nächste Angriff wird deine Siegesträume zu Asche verkohlen lassen. Flammenrad Kurtl. What? Warum zieht das so viel ab? Das war für all die Rüpel, die von dir gedemütigt wurden. Oh, nein. Ich habe mir diesen Kampf ehrlich gesagt ein bisschen leichter vorgestellt. Oh, nein. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Das ist sehr effektiv. Aber ich bin auf Terra kristallisiert. Nein. Ich dachte, ich schaffe das mit vielleicht noch einem Kraftpunkt oder mit zwei. Aber zack, bin ich weg. Anton, komm zurück. Du hast gute Arbeit geleistet. Na gut. Dann schicke ich natürlich Alexander ins Spiel. Oder soll ich... Ja, doch. Alexander. Alexander. Und dann gibt es noch ein paar schöne Angriffe wie Katapult und Lehmschelle. Los geht's, mein Super Mario Pilz. Zeig, was du drauf hast. Wir fangen mit Lehmschuss an. Ja, nein. Okay, das zieht aber trotzdem viel ab. Lehmschuss. Naja. Ja. Wow, okay. Initiative sinkt immerhin. Dann probieren wir es mal. Vielleicht doch mit Katapult. Katapult, Alexander. Ja, das ist gut. Noch einmal, dann ist es besiegt. Aber dann hat sie noch ein Pokémon. Was will sie noch haben? Magma oder sowas? Wir werden sehen. Katapult. Oh, dieses kleine bisschen noch. Aber mein Super Mario... Ach, nein. Komm zurück, Alexander. Du hast gute Arbeit geleistet. Okay, für das kleine bisschen. Wen rufen wir denn da? Am besten Kira, oder? Oder... Ja, komm, ich ruf Nils. Nils, los geht's! Unser neuer Supervogel mit der Elvislocke. Bedroas senkt nochmal den Angriff. Das ist gut. Und dann hauen wir auf den Putz mit Aeroas. Zack, zack, zack. Kurtl wurde besiegt. Und jetzt kommt auch schon ihr nächstes Pokémon. Ich bin sehr gespannt. Knatter... Knattertox? Was ist das? Ha, mein Feuer brennt immer noch. Lichterloh! Okay, dann kommen jetzt Knattertox. Und... Was? Das Auto ist ein Pokémon? Hör doch auf! Das... Ich... Ich verstehe das nicht. Gibt es dieses Auto als Pokémon? Verstehe ich das richtig? Hä? Hä? Was? Tempo... Ach nee, es sieht irgendwie anders aus. Hat man jetzt bei Tempo... Ich verstehe... Okay, ich verstehe es nicht, aber gut. Ein neues Pokémon, das aussieht wie ein Auto. Und ich muss jetzt ein ganzes Auto besiegen auf Level 26, das extrem viel aushält, so scheint es. Oh, Mann! Nils wurde besiegt. Okay. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich habe schon meine wichtigsten Pokémon verloren. Katze ist in diesem Team leider das schlechteste Pokémon. Warum? Weil es von Typ Pflanze ist. Ein Pflanzen-Pokémon wird niemals gegen ein Feuerauto bestehen können. Oh, Mann! Von welchem Typ ist es? Feuer? Feuerstahl oder sowas? Würde ja Sinn machen. Oder nur Feuer? Oder nur Stahl? Keine Ahnung. Es beherrscht zumindest Feuerattacken. Schaufler Benedikt! Wir werden diese Shedia-Star-Moopie irgendwie überraschen. Aber durch Temposchub wird es von Runde zu Runde schneller. Okay, und jetzt hauen wir mal richtig schön auf den Putz. Benedikt Schaufler! Naja, ist okay. Aber die Frage ist, werden wir diesen Kampf überhaupt noch schaffen können? Meine Lieben, tippt auf dieses Video hier, um mehr zu erfahren. Bleibt katztastisch!